Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit mir, Serversverver78 und dem lieben Kobalt. Und jetzt bin ich dran mit dem Fahren. Ich hab bestanden. Pff, wer's glaubt. War okay, hat er gesagt. Mal schauen, was er bei dir sagt. Scheiße. Nee, ich... Ich finde Gefallen an dem Server. Ich mag das, wenn... Ja, Alter, der hat auch... Ich werde Fahrlehrer. Ja, keine Ahnung, wer irgendwie... Nice, aber... Weiß nicht. Das ist bestimmt witzig. Ja, hallo? Lässt du mich jetzt auch fahren? Pff, lol. Ich glaube, er mag mich nicht. Der schreibt immer so lange. Bleib stehen. Achso, ah, er muss mich anmelden. Okay, er muss auf mich draufklicken. Verstehe ich. Dann bleibe ich mal stehen. Wollen wir doch einfach mal stehen bleiben. Also, äh, wie schon letztes Mal angekündigt, hab ich auch noch alte GTA, äh, MTA-Folgen. Und da sieht man zum Beispiel auch, wie der liebe Kobalt für 200 Stunden gebannt wurde. Ja. Aber das kommt noch, das Video. Das ist noch nicht draußen. Und... Ähm, nein. Da will ich nicht rein. Ich will da rein. Und das sollte man sich unbedingt angucken. Das ist echt witzig. Okay. Aber... Ich will nicht spoilern. Dann seht ihr auch noch, warum ich gebannt wurde. Und ich finde, es fand es auch noch unfair, weil... Warum wurde nur ich gebannt? Ja, ich habe mich schnell ausgelockt. Hihihi. Ich muss jetzt auf den Chat achten. Hey, wenn ich jetzt einfach draufsteige auf das Dach. So, also ich bin jetzt am Fahren, dass ich es noch schreiben kann. Wenn ich nichts sagen, immer weiterfahren, aber so schnell, dass ich es noch schreibe. Wenn ich nichts sagen... Bei einer Kreuzung. Okay, los. Ähm, Motor an. Wo macht man sich den Motorführerschein? Motorführerschein? Motorradführerschein. Ich bin einfach mal rechts ab. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Okay. Ähm, keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. So, ja, warte einfach mal da. Ich bin gleich fertig. Ich habe gleich verloren. Echt jetzt? Flugschein, Motorboot. Alter, ich fahre hier gerade. Personalrisiko, fahre ich jetzt mal beantragen. Ja, ich kenne gerade nicht TS. Oh, TS, äh, da rechts. Alter, ich glaube, wie ich fahre. Ich glaube, ich bekomme den Führerschein nicht. Oh, rot. Man muss bei einer roten Ampel stehen bleiben, oder? Hast du da drauf geachtet? Echt? Keine Ahnung. Ich achte einfach mal da drauf. Nee, da war Indie eine da. Ja, auch gut. Ich wurde angerufen. Ich habe hier tausend, ich habe tausend Ampeln. Oh. Er schreibt mir nicht Ampel beachten. Ja, ich meine, es ist GTA. Was bringt dir die Ampel bitte? Ja, stimmt. Oh, ich sollte aber trotzdem nicht so schnell fahren. So schreckt hier ist denn los. Auf einmal haben beide Kreuzungen grün. Alter, ich bin hier schon am Arsch der Welt. Links. Hier geht es nicht links. Macht doch da vorne. Ups. Ich habe eine Latein rumgefahren. So, und so, und so, und so, und so. Soll ich hier irgendwo wieder links abbiegen? Sagt mir nichts mehr. Ich, Alter, ich fahre hier gleich voll weit weg. Oh, hopp. Alter, ist das nice. Aber du siehst auch unten dieses extra real life, oder? Jaja. Okay, geradeaus. In Ordnung, dann wollen wir mal geradeaus fahren. Das ist echt geil gemacht, muss man sagen. Also. Immer weiter geradeaus. Okay. Alter. Jetzt öffnet sich gerade alles. Ich frage mal, wie schnell ich überhaupt fahren darf. Okay, 80. Okay, das ist gut. Und Hunger habe ich bald. Vielleicht sollte ich irgendwo hinfahren. Ja, bringen wir was mit, wenn es geht. Ich bin auch gleich weg. Ach, ja. La, 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 la. Klar, ich fahre auch später immer 80, natürlich. Mach ich immer. Ja. Ups. So. La. La, 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 la. Ey, das macht irgendwie echt Spaß, muss man sagen. Ich weiß schon. Wo bist du schon? Keine Ahnung, ich fahre hier gerade so voll blöd rum. So. Ich fahre schneller. Lass mich ausrollen. Aber ganz ehrlich, ich finde, es ist super gemacht, dass halt... Auf dem... Der ist ja welcher viel besser. Hier gibt es sogar Fahrzeuge zum Ausleihen. Äh, wo ist denn die Fahrschule? Ah, guck mal. Man kann sich Taxi rufen. Und hier, ähm... Kostenlos Fahrgio leihen. Bis zu 20 Stunden Spielzeit möglich. Na, dann leiche ich mir doch gleich. Ich hab'n Fahrgio. Schön. Ich fahre hier, glaube ich, gerade ein bisschen falsch, aber... Ja, der wird das schon tolerieren. Hauptsache, wir kommen meiner Fahrschule ein. Rückwärts einparken. Ist klar, kann ich doch. Ähm. Der Wagen ist ein bisschen demoliert, oder? Meiner? Ja. Die Tür auf jeden Fall. Ja, das muss so... Das Ausleihen des Fahrgios wurde vom Staat bezahlt. Das nenne ich ja mal Luxus. Upp. Ich hoffe, ich hab's. Hihi, ich hab meinen Führerschein. Hoffe ich. Komm. Komm, komm. Hä? Komm, gib mir den Führerschein. Komm. Oh, du hast deinen Fahrgio. Okay, warte. Okay. Ich glaub, er gibt mir den Führerschein. So wie ich gefahren bin, denke ich nicht. Echt? Äh, Stiff. Wie lang nehmen wir schon auf? Scheiße, ich hab'n Timer vergessen. Schätze. Oh, Autoführerschein bekommen. Oh, Autoführerschein bekommen. Danke sehr. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja, bis zur nächsten Folge. Und da geht's dann... Geht's dann richtig los bei uns. Oh ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.